Geh mit uns auf die Reise zu unheimlichen Orten. Triff auf ungewöhnliche, manchmal angsteinflößende Gestalten und mysteriöse Objekte. Frag dich, was real ist und was nicht. Their Stories. Dunkles Blut. Ich lag auf meinem Bett und las. Das Buch war unglaublich spannend und mein guter Vorsatz, heute noch den angefangenen Aufsatz über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg fertig zu schreiben, hatte sich schon vor Stunden in Luft aufgelöst. Der Kampf zwischen Briten und Amerikanern war über 200 Jahre her. Da kam es bestimmt nicht darauf an, ob ich mich einen Tag früher oder später damit beschäftigte. Außerdem konnte ich mich sowieso nicht konzentrieren, solange ich nicht wusste, ob Kassandra die verschwundene Aurora jemals wiederfinden würde. Es war schon nach Mitternacht, doch ich war noch kein bisschen müde. Die Geschichte handelte von einer jungen Frau, die in einem alten verfallenen Haus nach ihrer Freundin suchte. Ein bisschen gruselig, aber nicht so, dass man nachts nicht mehr schlafen konnte. Kassandra stieg die steile Treppe hinauf zum Dachboden. Bei jedem ihrer Schritte knarrte und ächzte das Holz der alten Bretter. Was war das? Da hat doch jemand geschrien. Jetzt ist alles ruhig. Bestimmt habe ich mir das nur eingebildet, weil mein Buch so spannend ist. Aber seltsam war das schon. An dieser Stelle kommt gar kein Schrei vor. Ach, was soll's. Weiter im Text. Das war David. Ich habe es mir doch nicht eingebildet. Was hat mein kleiner Bruder denn jetzt wieder angestellt? David? Alles okay bei dir? Er war heute den ganzen Tag schon so komisch. Beim Abendessen hat er fast kein Bissen herunterbekommen, obwohl man ihn sonst kaum satt bekommt. Und dass er sich ohne viel zu sagen in seinem Zimmer verkriecht, ist auch ganz untypisch für ihn. David! Mach auf, ich bin Sarah! Wer soll es auch sonst sein? Mama und Papa kommen erst in einer Woche wieder. Ich komme jetzt rein! Ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich! Die Vorhänge in Davids Zimmer waren nicht ganz geschlossen und der Vollmond leuchtete hell genug, dass ich sehen konnte, wie sich mein Bruder auf dem Bett krümmte. Er schien entsetzliche Schmerzen zu haben. Ich rannte zu ihm und schaltete die Nachttischlampe ein. Sanft berührte ich ihn an der Schulter. David, was hast du? Er merkte nicht einmal, dass ich neben ihm stand und warf sich von einer Seite auf die andere. Sein Gesicht glänzte. Er war schweißgebadet, doch als ich seine Stirn berührte, fühlte sie sich eiskalt an. Seine Finger hatten sich in das Laken gekrallt und er keuchte. Ich machte mir schreckliche Sorgen. Was hatte er denn nur? Vielleicht sollte ich besser einen Arzt rufen. So ein Mist! Warum waren Mama und Papa ausgerechnet jetzt auf diesem blöden Kreuzfahrtschiff? Wach auf! Bitte, David, wach doch endlich auf! Was mache ich denn nur? Er wird nicht wach! Plötzlich öffnete er seine Augen. Vor lauter Schreck wich ich einen Schritt zurück und stieß die Lampe vom Nachttisch. Mit lauten Klirren fiel sie auf den Boden und zerbrach. Für einen kurzen Moment hatte ich Davids Augen gesehen. Normalerweise waren sie grau, wie meine. Doch jetzt hatten sich die Pupillen stark geweitet. Seine Augen wirkten tief schwarz und sein Blick leer. Er atmete schwer und rasselnd, als drohte er zu ersticken. Was hatte er denn nur? Zuerst musste ich ihn beruhigen und dann so schnell wie möglich Hilfe holen. Ganz ruhig, David. Es wird alles gut. Ich rufe jetzt den Notarzt. Der wird dir helfen. Hab keine Angst, David. Ich bin gleich wieder da. Ich drehte mich um und wollte gehen. Doch plötzlich packte er mich und hielt mich fest. Schmerzhaft bohrten sich seine Fingernägel in meine Arme. Ich hatte nicht gewusst, dass mein Bruder so stark war. Aua! Lass mich los! Du tust mir weh! Ich wand mich mit aller Kraft, schlug nach ihm und traf ihn ins Gesicht. David keuchte und es gelang mir, den eisernen Griff, um meinen rechten Arm zu lockern. Doch bevor ich mich befreien konnte, packte er mich fester und schleuderte mich durch das Zimmer. Ich prallte gegen das Bücherregal und sackte zu Boden, wo ich für einen Augenblick benommen liegen blieb. Als ich den Kopf hob, stand David zwei Schritte vor mir und fixierte mich mit diesen unheimlichen schwarzen Augen. Im hellen Mondlicht wirkte er ungewöhnlich blass und auf seiner Wange hatte er einen tiefen Kratzer. Dunkel schimmerte das Blut der Wunde. Es sah merkwürdig aus. Violett?